Okidoki, Leute. Ich spiel mit Toni Tunzen. Was? Oh, wir haben die Kane! Oh mein Gott! Das erste Mal in meinem Leben! Oh mein Gott, no way! At 5.4 the game ends! Die Menschen das erste Mal einfach Kane gettet. Das wird ein Desaster. Das Game endet einfach 5.4. Es gab noch nie ein krasseres Portal. Ok, das heißt wir dürfen kein Fortune spielen, ne? Oder? Ja, das wird ihr euch garantiert hart treffen, aber ja. Das ist ja crazy. Boah, ok, krank. Ey, so heftig. Aber wir wollten was besonderes, ne? Jo! Das ist es jetzt möglich. Ok, jetzt müssen wir aber richtig tryharden, Jonny. Wir dürfen ja nicht so viel HP verlieren. Warum hab ich das Gefühl, dass du mich dabei so ganz primär anguckst. Wir sind schon kleine Inter, ne? Also... Das ist ja... Also 5.4 fängt unser Game normalerweise immer erst an. Hallo Toni, diese Negativität hier. Beruhigen Sie sich doch bitte. Okay, ich hab viel Kram, aber... Viel Kram, super. Ich würde mich sehr... Ich würde mich sehr... Ich würde dir Fortune spielen. Nein. Nein, oder? Nein. Oh mein Gott. Johnny, nein! Nicht Fortune! Streamt die überaus junge, wilde und freie Toonie. Ja, aber gerade nicht. Ich glaube, die ist... Gerade nicht. Oh, oh, ich hab Kindredshot. Halt den nah, halt den nah. Ja, ja, ich halte ihn. Halt ihn fest. In meinen Armen. Oh. Oh. Ich war auch eine Kindred. Was ist dir lieber? Mir ist der nah lieber. Okay. Ich hätte gerne den nah. Hab ich dir geschickt. Scheiße. Was ist los? Oh, scheiße. Ist ein komplettes Desaster hier. Nein, warum, Johnny? Ja, es ist sehr kompliziert. Ich kann gar nicht reden. Ähm... Ich hab auf jeden Fall Kopfschmerzen, aber das ist okay. Okay. Das dritte wäre doch ein Sane gewesen. Nee, das ist ja Street Cost Units. Ja, du wirst contested. Hier geht auch einer Gnar. Was hat der für einen Silberrockmann? Ähm... Featherweights. Ja, tier 1 und 2 Channels gained. 15.077. Ja, dann ist er's wohl, ne? Aber er muss erst mal hinten, sage ich. Und er hat einen Gnar, zwei Ragsize. Und ich glaube, ich gewinne gegen ihn. Alles gut, wer bin Fox. Oh, du? Ah, Trox. Ah, Trox. Ah, Trox. Ah, Trox. Ah, ja. Look at that. Kick in. Äh, ich meine natürlich, äh, 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 äh. Kick in. Kick in. Wie im Fußball. In-game. Okay, Juni. Ja? Wie sauer wärst du denn, wenn ich Fortune spielen werde? Ja, ich kann dich schlecht aufhalten, ne? Aber... Aber du würdest schon gerne. Du jetzt Quadramaster hitten. Ich schwöre einfach nur zum Spaß. Hm. Ich weiß ja, das weiß ich noch gar nicht, was ich gehe. Also darf ich mich gar nicht beschweren, weil ich hab auch noch überhaupt nichts. Hm. Also das Ding ist, ich muss ja mit Fortune nicht so lang verlieren, weißt du? Ja. Ich kann natürlich einfach den Vogel in Nah contesten. Aber der ist natürlich schon hart committed mit Featherweight, ne? Also die Pinken sind komplett insane. Das ist crazy. Also geben zumindest mal alle von Anfang an Vollgas. Das ist ja auch mal schön. Ja, schön. Weiß ich jetzt nicht, ob es das erste Wort ist, was mir einfällt. Also ich hab hier ne Kindle auf der Bank stehen. Das ist ja gut. Was kann ich dir denn schicken? Ich hab keine Ahnung. Ein Bart? Sind Daris? Ne. Da hab ich dann leider nichts Sinnvolles für dich. Is das nicht? Can I? Okay. Nur nicht Ghostly zu haben, fühlt sich einfach so kacke an. Was nehme ich denn jetzt hier? Ich würde gern die Lawie nehmen. Darf ich die nehmen? Ja. Und wir haben's. Ja, wir dürfen trotzdem nicht paniken. Panik! Überall. Überall. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Never a dull moment. Ich hab keinen geilen Start, nicht ehrlich. Ja. Ich hab eigentlich echten soliden Start, glaube ich. Aber na, wird halt genervt. Fühlt sich jetzt nicht so krass an, ne? Weg, ob ich hier noch auf Duelist swappe. Ja, hast du dafür was? Items oder so? Ja, Items, ja. Aber... Gems. Wie kommst du denn drauf? Oh, ich hab auch ne... Oh, ich gehackte Ash. Ja, dann spiel doch den... Na ja. Das ist Fated Opening Spiel, ne? Ash, wird hier siegen. Oh... Okie doki. Okie doki. Toni, halt dich zurück. I'm trying. My very, very best. Na gut. Scheiße. Noch schwächer aufstellen müssen. Ach ne, du bist jetzt Ash, ne? Ich bin Ash. Ich bin quasi Frost Queen, Herr Schepp. Soll ich dir eine Kindred schicken? Nee. Ja. Ich darf sie nicht aufsammeln. Ich hab nur zwei Bank Slots. Aber gleich hab ich ganz viele Items. Scheiße, dass ich die Runde gewonnen hab, war echt kacke. Ich fass auch selber schuld. Ich hab nicht ohne dich gewonnen. Na. Ach. Können wir nicht mal mehr Toni beschuldigen? Wollte ich doch nie tun. Mh. Mh. It's alright. Gib mir meine Bank Slots wieder hier. Wir nehmen ja. Boah. Boah. Mann, wo ist denn meine Illaoi? Ja, ist denn das für absolute Shit-Items? Ah, Old Scooter bei Titans. Ich hab zwei Luchse im Shop, ist das ein Thema? Ja. Mh. 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 Na halt erstmal nicht nur die Sandraben, ne? Jo. Sägen eher nicht. Fuck. Oder wenn ich ein Emblem kriege. Wenn du eine mitnehmen kannst, mach gerne mal. Wenn du mit Sicherheit Zinsen kostet. Mh. Ach nee. Speedy. Wenn du mit ihm in Italien gehst. Oh Mann, ich hab nur Müll. Scheiße. Oh Mann, ich hab nur Müll. autour du mein. Boah, mir geht's doch gar nicht gut. Wieso nicht, du hast so eine Kaiser. Ja, aber, also, so viele Kaiserspiele in Narkindrid. Ah, einfach machen. Es muss nicht krass sein, es muss nur stark sein. Jetzt schon Thresh? Ja. 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 Wenn du denkst, ein Pivot ist es hier? Nee, ich glaube, ich habe einfach keinen Pivot mehr. Ja, ist einfach. Hit or loose. Ja. Oh mein Gott. Futter. Oh boy. Ja, ist leider loose. Kost-Champion, vier Gold oder drei, zwei Kost-Champions? Die diebischen. Kann Galio oder Nautilus für dich mitnehmen? Ne. Ne. Na, Kindred. Ne. 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 Oh, jetzt habe ich einen Galio, ne? Und noch pivoten. Ich bin ja auch contested in Porzellan. ich spiele hier ein peter kurz machen ich kenne kaiser wahrscheinlich 43 oder sowas schicken schon okay ja ich habe den schon das ist das lohnt den zeiten für dich ja der hat amu mit drei gedreht also ich glaube es ist wie hat er denn mit 50 gold auf level 7 einfach amu mit drei das ist ja wirklich bodenlos bodenlos okay das heißt wir müssen jetzt aber auch irgendwie wieder die zivir besorgen und so ne ein bisschen komplizierter habe ich glaube trotzdem ein paar oder also da wollte ich jetzt ja also nicht auf 6 das wird schon noch irgendwie das wird schon du hast eine kinruid Tsch! Kannst kindred sein, ich hab sie. Ja, mir fehlen noch 3 Nars, wir sehen, ob wir das hinkriegen. Ich hab 2 lesser Champion Duplicators, also ich such den einfach und duplikate den, weil ich wollte eigentlich auch links 3 gehen. Drei. Meinst du, das lohnt sich? Ja, ich muss alles benutzen. Ok, ok. Mir fehlen tatsächlich nur noch 2 Nars. Ok. Ich schicke dir die Kaiser. Ja. Ja. Ich schicke dir das. Ich schicke dir das. Ich schicke dir das. Ja, mir fehlen nur 2 Nars. Vielleicht nutzt du die Duplicator einfach bei dir irgendwie. Ja, ok. Kannst du mir den Kane später schicken? Ja. Kannst du mir auch jetzt schicken, wenn du willst, also nächste Runde. Ja. Ich glaub der ist huge. Gute Items für den. Hier gibt noch einer Kane. F**k, f**k. Ja, wenn wir so low sind, sind wir ja quasi Young, White und Free. Ja. Müssen wir halt nur gewinnen, ne? Irgendwie ja noch. Ich kann dir die Xire schicken. Ja, du kannst verkaufen, da hast du mir eben erst die Kaiser geschickt. Ich glaub bis dahin ist schon vorbei, das Game. Jo. Ja, dann schick mir mal den Kane und dann guck ich mal, was dir noch geht. Ich muss dann, wenn wir das jelten. Ja, du wirst, wenn wir aus dem Kunt. Ja, du wirst. Ja, du wirst. Ja, du wirst, wenn wir das hierherken. Ja, du wirst, denn wir lieber sein, da bist du. Ja, du wirst. Boah, ich gewinn hier einfach gar nichts mehr, holy moly. Ich gewinn gegen den Naht. Junge, stop with the items. Achso. Boah, ich hab nur Goldscheiße. Oh boy. Oh my, yourest clothes. Oh, wo hast du undindustriert? Oh! Oh! Oh god. Oh! Oh oh! Oh, wait, wenn du dich... Oh! 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 Oh oh oh, oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh, oh oh! Oh oh, oh oh! Wie steht's um die brillante Nah-Idee? Äh, hab ich noch nicht gefunden, leider. Hey! Okay, 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 okay. Wenn ich Hasier hätte, bin ich glaube ich Turbo-Strong. Aber ich wüsste nicht, wie ich Hasier hätte, ich bin auf fucking Level 6. Aber wir haben auch echt nicht mehr viele Runden jetzt, ne? Nee, gleich vorbei. Scheiße. Aber ich mein... Oh ne, ich mein eigentlich gar nichts. Bist du Kaiser 2? Ja. Na gut. Okay. Kompleted Item Anvil, 5 Cross Champion und 7 Gold, 2 Random Components. Ja, 5 Cross Gamble für Azir, I guess. It's not Azir. Ich werde nur noch einer. Ich werde doch nicht schicken. Ja. Ich bin leider schwächer als der oder schwächer als der. Hilft mir, Toni! I'm on my way. Der Mumu ist fies gewesen. Okay, 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 okay. Boah, Toni! Das sind ja viele Runden, Alter. Ich kann den Champion Duplicator geben. Hilft ihr das? Ne, ne? Ne. Dann ein Kompleted Item Anvil oder ein Artefakt Item. Aber wenn dir das nicht hilft, dann lieber irgendwas, 7 Gold. Ja, Artefakt Item. Ich geh vielleicht noch zu den Galio. Ne. Kompleted Item Anvil? Ja, gut, gut. Kannst du schicken? Ne. Na gut. So, ich muss einfach nur lang genug über das. Überleben, ne? Junge, meine beiden Thief Scrolls haben dasselbe gerollt. Und zwar Sterax und Red Buff. Für Shen und Ilaoi. Obwohl ich schon Sunfire und Morelos hab. Ich, also... Na, ich verliere. Oh! Du gewinnst ja schon. Toni Thompson! Tors! Das war ich nicht, ne? Fuck. Scheiße, Mann. Weil die da unten so gegrieft haben. Nein! Ich renne davon! Don't do it! Na, ich hätt's vielleicht Spiel verloren. Na, das war's ja fein. Ich hab am Ende alles gewonnen. Überfach. Ich hab Triad Crown genommen, obwohl ich keine Chance mehr hatte, als hier zu hinten. Ey, dass ich so früh eine Esch hätte und sage, ich geh Porzellan. Und der denkt sich dann, ich geh jetzt auch Porzellan. Alter! Da musste ich aber los. Da muss man auch mal los. Aber war trotzdem das erste Mal Kane Encounter. War scheiße. Ja, war scheiße, ja. Ja, ja, ja. Atrix Ferex wäre besser gewesen.